Wir haben hier jetzt die C-Klasse Facelift dabei. Wir haben den C43 jetzt als Cabrio hier in New York, Weltpremiere, aber natürlich den C63. Der kriegt das Facelift dieses Jahr auch. Da haben wir hier das Coupé und drüben aber die Limousine stehen. Das sind die zwei wichtigsten Autos hier für den USA. Geschwindigkeit heißt für AMG Haltung. Bei AMG geht es immer um Geschwindigkeit. Es geht natürlich nicht notwendigerweise um Topspeed. Das ist gar nicht das wichtigste Thema für uns. Geschwindigkeit in der Entwicklung, Geschwindigkeit beim Auto, Geschwindigkeit im Schalten, Geschwindigkeit auf der Rennstrecke. In einem Auto, in dem ich mich wohl fühle, als Rennfahrer zum Beispiel. Bei Rennautos gilt das gleichermaßen. Auf einer Rennstrecke bin ich einfach schneller. Und das sind die Dinge, die wir ja ganz ganz oben und immer im Vordergrund haben auf der Prioritätenliste. und immer im Kom hat in der Rennstrecke bin ich wieder sehr Angst fertig. Das Leben ist auch wichtig.